Heinrich I. Aus der Familie der Liudolfinger war Herzog von Bayern. Heinrich war der zweite Sohn des deutschen Königs Heinrich I. und seiner Gemahlin Mathilde und Bruder des ostfränkischen Königs Otto I. 938 verschwor er sich im Bunde mit Eberhard von Franken und Gieselbert von Lothringen gegen seinen Bruder Otto, da er eigene Ansprüche auf den Thron erhob. Zuvor war er im Aufstand Denkmass von Eberhard gefangen genommen worden. Im Jahre 939 wurde er bei Birten geschlagen und gezwungen, das Reich zu verlassen. Er floh zu König Ludwig IV. des Westfränkischen Reiches und erwarf sich aber, nachdem dieser mit Otto Frieden geschlossen hatte. 940 erhielt Heinrich des Herzogtum Lothringen, konnte seine Herrschaft jedoch nicht behaupten, weshalb es ihm wieder aberkannt wurde. Ostern 941 versuchte er Otto in der Königspfalz in Quedlinburg zu ermorden. Der Anschlag wurde entdeckt, Heinrich in Ingelheim gefangen gehalten und zu Weihnachten 941 in Frankfurt am Main nach Reue voller Buße begnadigt. Im Jahre 948 wurde er mit dem Herzogtum Bayern belehnt. In Bayern wurde seine Ernennung zum Herzog aber in weiten Teilen des einfachen Volkes und des bayerischen Hochadels abgelehnt. Er konnte sich in den Ungarnkriegen behaupten. Als Brautwerber seines Bruders geleitete er die Königin Adelheit im Jahr 951 nach Pavia. 952 vergrößerte er sein Herzogtum um die Marken Verona und Aquilia. Einen Aufstand Liudolfs und Konrads von Lothringen konnte er blutig unterdrücken. Er starb am 1. November 955 im Kloster Pülde an einer schweren Krankheit. Er wurde im Niedermünster in Regensburg beigesetzt, wo auch seine Frau Judith begraben ist. Der Mensch Heinrich ist relativ unbekannt. Wie Dugend von Corvay zeichnet ein aus seiner Sicht wohl negatives Bild, was aber mit einer Abneigung gegenüber Heinrich zu tun haben mag. Heinrich I. war verheiratet mit Judith von Bayern. Mit ihr hatte er die drei Kinder. Hartwig Gerberger die Äbtissin von Gandersheim wurde. Heinrich II.